Nachdem wir bereits eine funktionierende CRUD-Applikation erstellt haben, wollen wir jetzt dafür sorgen, dass der Store, den wir erstellt haben, nicht nur im Speicher existiert und nach jedem Neustart verloren geht. Dafür brauchen wir eine Datenbank. Wir nehmen dafür die SQL-Datenbank Postgres her, die sich wunderbar einfach mit Flask zusammen nutzen lässt. In diesem Video führen wir zusammen die Installation von Postgres durch. Zunächst einmal müssen wir auf postgres.org gehen und dort dann auf Download klicken. Hier können wir dann für unser Betriebssystem den richtigen Installer finden. Wir werden zusammen die Windows-Installation durchführen. Dafür auf Windows klicken und hier können wir jetzt aussuchen, was für eine Version wir haben wollen. Download die Installer und wir werden zusammen die Version 13.1 für Windows 64-Bit herunterladen. Nachdem Postgres heruntergeladen wurde, einfach auf die Exit-Datei klicken und OK. Jetzt öffnet sich das Setup für den Postgres-Installer. Hier einfach auf Next. Ganz wichtig, wir installieren das Programm hier in C, Program Files, Postgres-QL, Version 13. Next. Hier in dem Fall brauchen wir keinen Stack-Builder, den Rest installiere ich einfach mal. Ich glaube, wir brauchen auch nicht unbedingt den Postgres-QL-Server. PG-Admin ist ganz nett, um sich seine Datenbanken einfach auch visuell zeigen zu lassen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Einfach auf Next. Hier dann auf Next. Passwort können wir jetzt hier setzen. Wir setzen einfach mal ein beliebiges Passwort. Hier kannst du das auswählen, was du möchtest. Port ist der Standard-Port für Postgres. Der Rest passt einfach und weiter, weiter, weiter. Jetzt wird das Ganze installiert. Es dauert ein paar Minuten. Okay, das hat jetzt eine Weile gedauert. Jetzt ist Postgres fertig installiert. Und wenn wir jetzt mal auf die Command Line gehen und PSQL eingeben, damit können wir dann in eine Postgres-Instanz gehen, sehen wir, PSQL wurde in dem Fall nicht gefunden. Das liegt daran, dass Postgres noch nicht in unsere Part-Variable hinzugefügt wurde und wir deshalb noch keine Kommandozeilen-Befehle ausführen können. Dafür auf Systemsteuerung und Part eingeben oder Systemvariablen bearbeiten. Dann auf Umgebungsvariablen. Und hier unten sind die Systemvariablen und hier ist der Path. Und hier müssen wir eine neue Path-Variable hinzufügen. Dafür einfach auf Bearbeiten und hier auf Neu. Und hier müssen wir dann unsere Part-Variable eintragen. Wir haben Postgres ja in folgendem Pfad installiert. Program-Files Postgres 13. Und was wir für den Path brauchen, ist hier dieser Bin-Folder. Hier sind alle relevanten Informationen für Postgres drin. Das heißt, wir können diesen Pfad einfach kopieren oder auch einfach natürlich reinschreiben. Aber kopieren ist einfacher. Dann einfach auf Neu. Hier eintragen. OK drücken. Hier auch OK. Und hier nochmal OK. Und wenn wir jetzt PSQL eingeben. Ich werde hier nochmal die Kommandozeile neu starten. PSQL. OK. Dann sehen wir, wir kommen jetzt hier rein. Also Kommandozeile neu starten sollte es nicht funktionieren. Wir haben ja während der Installation ein Passwort für den Benutzer angegeben. Und wenn wir den jetzt eingeben. Wie wir hier sehen, kriegen wir hier eine fehlgeschlagene Passwort-Authentifizierung. Der Grund dafür ist, dass wir uns jetzt hier nicht mit dem Postgres-User einloggen wollen, sondern mit unserem normalen Windows-Nutzer. Was wir hier brauchen ist PSQL-U, Postgres. Und jetzt können wir uns auch mit dem KenWord einloggen, das wir vorher festgelegt haben. Und jetzt sind wir hier in der Postgres-Commandline drin. Drei Schritte fehlen uns jetzt noch, um mit einer Postgres-Datenbank und Flask arbeiten zu können. Zunächst mal werden wir hier eine Datenbank erstellen. Und zwar geht das mit Create Database. Und dann können wir hier den Datenbanknamen festlegen. Und wir werden einfach mal den Datenbanknamen testen nennen. Ganz wichtig, immer mit Semi-Kolon beenden. Und jetzt haben wir hier eine Datenbank erzeugt. Außerdem wollen wir noch einen neuen User haben. Und zwar, den User können wir auch dann einfach Test-User nennen. Das geht mit Create User. Test-User. Und dann With Password. Und hier können wir dann ein Passwort auswählen, das wir haben wollen. Ganz wichtig, das Ganze hier mit diesen einzelnen Anführungsstrichen. Und natürlich das Semi-Kolon nicht vergessen. Jetzt haben wir hier eine Rolle kreiert. Und was wir jetzt noch machen müssen ist, Grant all Privileges on. Jetzt müssen wir die Datenbank auswählen. Für die, der Nutzer die Rechte haben soll. Und die Datenbank heißt in dem Fall ja Test. Und dann müssen wir noch den Nutzer zuweisen. Und das machen wir für den Nutzer Test-User. Semi-Kolon. Okay, dann doch doppelte Anführungsstriche. Sorry. Jetzt passt's. Okay. Da ist Postgres relativ pingelig im Vergleich zu normalen Programmiersprachen. Das war ich mir selbst nicht mehr ganz sicher. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall einen Nutzer erstellt und eine Datenbank. Und diese erstellte Datenbank, sowie den Nutzer und das Passwort, werden wir im nächsten Schritt in der CRUD-Applikation verwenden. Bis gleich. Bis gleich.